Ich bin vom Quartier Hönk und mich interessiert, was die Weibkringer für Anliegen haben, abends auch. Und auch zu schauen, wie sie reagieren auf die Fragen und Bedürfnisse, die die Weibkringer haben. Was sind das für Fragen und Bedürfnisse? Ja, jetzt eben an der Verkehr Rosengartenstrasse, die Projekte von den Personalhäusern vom Spital Weiden, die abgerissen werden und eine neue Überbauung gemacht werden. Was erwarten Sie sich von der Korinale? Ja, das ist eben schwierig zu sagen. Es hat eben verschiedene Zusammenhänge. Das leidet nicht an ihr, aber sie kann natürlich da etwas bewirken im Stadtrat, im Gremium. Je nachdem, welcher Amt das ist. Und das eben vermehrt darauf Rücksicht nimmt und halt dann eine neue Überbauung, dass sie dann bei den Bauausschreiben und mit Architekten ein bisschen darauf hinweist, wie man das gestalten soll. Wenn Sie einen konkreten Wunsch haben, der Korinale, was ist das für einen Wunsch? Ja, was soll ich jetzt da sagen. Also, dass sie eben die Bevölkerung ernst nimmt und darauf eingeht und das dann auch versucht zu umsetzen. Das ist gut. 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 Das ist gut.